Heute ist der 17. Dezember und somit ein weiterer Tag des Kalender of Giving, dem Adventskalender von Seer Thieves, wo ihr jeden Tag in-game irgendwas an Reputation extra bekommt oder sogar Items. Ich halte euch immer auf dem Laufenden rund um diesen Adventskalender. Wenn du also neu hier bist, dann abonniere doch vielleicht den Kanal, wenn du das gerne immer aktuell wissen möchtest. Heute gibt es erstmal geboostete Reputation in allen Fraktionen. Das bedeutet, ihr bekommt für jedes Item, was ihr abgebt, doppelt so viel EP. Außerdem erhaltet ihr zusätzlich wieder eine besondere Fahrt, die alle Fraktionen abfragt und wo ihr dann natürlich auch eine bestimmte Reputation erhalten könnt. Für welche Fraktionen werdet ihr diesen Boost nutzen? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du mehr Seer Thieves, News Gameplay, Thieves, Live-Teams und Spekulationen sehen willst, dann abonniere doch gerne hier den Kanal, denn hier bist du immer auf dem aktuellsten Stand rund um Seer Thieves. Wir sehen uns wieder auf den Weltmeeren, wenn der Wind wieder richtig steht. Ahoi!